Die Zukunft der Arbeit startet mit dir. Ganz egal, ob du CEO, angestellt, selbstständig, auf Jobsuche oder im Studium bist. In der Arbeitswelt von heute stehen wir alle vor denselben Herausforderungen. Wir sind umgeben von Ideen und Konzepten zu Future Skills, Digitalisierung, Mentoring, verantwortungsvollem Recruiting und künstlicher Intelligenz. Also gehen wir sie gemeinsam an. Wie beeinflusst mentale Gesundheit den Job? Wie müssen sich Unternehmen verändern, um ihre Mitarbeitenden für sich zu begeistern und zu unterstützen? Und wie baue ich mir mein eigenes berufliches Netzwerk auf? Darüber wollen wir heute sprechen, um miteinander und voneinander zu lernen. Education. Transformation. Action. Ja, dann ein ganz herzliches Willkommen zu unserem nächsten Panel, auf das ich mich schon sehr, sehr, sehr gefreut habe. Diversity, von der Intention ins Handeln kommen, werden wir heute besprechen. Ja, Diversity ist ja ein Buzzword, ein großes Wort in der Unternehmenskultur und es geht eben darum, verschiedene Menschen aus verschiedenen Hintergründen, also Vielfalt von Mitarbeitenden zu fördern und eben auch die Unterschiede wertzuschätzen, die Gemeinsamkeiten. Vor allem sprechen wir hierbei um Merkmale wie Geschlecht, Alter, kulturellem Hintergrund, ethnische Herkunft, Nationalität, sexuelle Orientierung körperlicher und Geisterfähigkeiten. Es geht darum, diese aktiv zu fördern, wertzuschätzen und als Ziel, eine inklusive Arbeitsumgebung zu schaffen, die unterschiedliche Perspektiven integriert. Und dafür habe ich ganz wunderbare Panelistinnen hier auf der Bühne, die ich auch sehr, sehr gerne vorstellen möchte, die nämlich alle auf ihre Weise zu diesem Thema schon großartiges beigetragen haben. Und wir starten hier einmal mit dir, Jennifer. Du bist aus der IT- und Tech-Branche, das ist dein Hintergrund. Und du warst vor allem unterwegs im Bereich Customer Journey und Customer Experience. Und von Anfang an hat dich das Thema Female und PUC-Empowerment. Das war dir sehr, sehr wichtig. Du hast es tatsächlich auch mit so einer Hands-on-Mentalität einfach gemacht. Also wenn irgendwie eine Frau in deinem Unternehmen war, einfach wirklich angepackt geholfen, die unterstützt. Und tatsächlich hast du ein Konzept entwickelt, das ich auch super spannend finde. Es ist ein offenes, frei zugängliches Konzept für Unternehmen. Wie wir da rankommen können, hoffentlich verrätst du uns das heute auch noch. Und da wird darauf eingegangen, wie Diversity-Ziele benannt werden. Also dass man erst mal so merkt, wo hapert es eigentlich, wo genau muss man Hebel ansetzen, sie also zu erkennen und dann auch in die Umsetzung zu kommen. Das Ganze heißt Team Bund. Ein ganz herzliches Willkommen an Jennifer. Dankeschön. Danke. Ja, weiter geht's mit Tina. Tina ist Senior Director bei Exeter, einer innovativen Unternehmensberatung. Was machen Unternehmensberatungen? Sie begleiten Unternehmen. Mehr als 20 Jahre macht ihr das schon. Und zwar vor allem bei euch in dem Fall in Transformationsprozessen. Ganz speziell im Bereich Tech, Data, KI. Ist auch ein männerlastiges Umfeld, könnte man Gelinde mal sagen. Und da hast du dir auch zum Beispiel im Kontext der Mission Female, von der du uns hoffentlich auch noch ein bisschen erzählen möchtest, dafür eingesetzt und machst dich dafür stark, dass eben auch da stärker auf Bedürfnisse von Frauen, von LGBTQI plus mehr eingegangen wird. Zum Beispiel auch ganz konkret auf Team-Events beispielsweise. Dankeschön, dass du da bist. Ich freue mich sehr. Danke. Weiter geht es mit Daniela. Daniela Harzer ist Managing Director und CEO bei Piabo, einer PR Communication GmbH, einer führenden Kommunikationsagentur für die weltweit innovativsten Unternehmen. Mit Piabo bist du bereits durch einen Change-Prozess gegangen. Das heißt, du hast das Ganze schon mal durchgemacht. Unter anderem Integration von KI und konsequente Weiterentwicklung der Unternehmenskultur. Und ihr habt tatsächlich einen Preis gewonnen. Das heißt, wir haben hier sozusagen jemanden, der es vorlebt, integriert bereits in die Unternehmenskultur. 2023 wurdet ihr ausgezeichnet mit dem Mindshift New Work Pioneers bei Handelsblatt Award. Herzlichen Glückwunsch nochmal. Kategorie war Diversity und Inclusion. Also Daniela, ich bin total gespannt auf deine Beiträge und dass du uns mal teilhaben lässt, wie man das so angeht in der Praxis. Vielen Dank. Last but not least, ganz hinten von mir aus gesehen, Magdalena Pusch. Du bist Co-Founderin und Managing Director von Framen. Framen ist ein Media-Tech-Startup. Du hast tatsächlich schon mit dem zarten Alter von 20 Jahren gegründet, bist dafür in Silicon Valley gegangen. Das ist auch mal, also Chapeau. Und heute bist du selbst Chefin. Du führst einen Unternehmen und eben auch ein diverses Team. Ihr habt Menschen aus 20 Nationalitäten bei euch und auch da freue ich mich total auf, ja, alles, was du da so erfahren hast, was man da so alles mitnimmt, was man da so lernt. Da ist ja einiges, was man da eben durchlebt. Ja, ich würde sagen... Danke. Ich würde sagen, wir starten mal rein, so ein bisschen, um auch die Idee und das Konzept zu verstehen. Vielleicht, Jennifer, bei dir. Du hast wirklich ein Konzept ausgearbeitet, das Unternehmen bei dir erfragen können. Also man kann auf dich zugehen und dann hast du durch Team Bund bereits wirklich handfeste Dinge kannst du Unternehmen mitgeben, wie sie in Bezug auf Diversity sich da eben positionieren können. Wie bist du persönlich auf dieses Thema gekommen? Wo in deinem Leben hat sich das herauskristallisiert, dass das wichtig für dich ist, dass du da was beitragen möchtest, dass es dir am Herzen liegt? Also um es auf den Punkt zu bringen, wenn man im MINT-Berufen unterwegs ist, also in technischen Berufen unterwegs ist, ist es halt Fakt, dass es mehr Männer gibt als Frauen und auch der internationale Anteil, als ich gestartet bin vor mehr als 25 Jahren, war halt People of Color ziemlich gering in Deutschland angesehen. Ja, in den USA und UK ist es sicherlich was anderes oder auch in den Niederlanden, gleich bei unseren Nachbarn. Hier war es was Besonderes und das, was sich halt herausstellt, ist, nachdem man halt eine Position einnimmt, dass man das Gefühl hat, allein zu sein, sich nicht austauschen zu können und dann sucht man halt die Nähe zu Menschen, die einem ähnlich sind. Ja, und da ich jemand bin, der sehr viel Wert auf Gleichberechtigung und Gleichbehandlung legt, also von Tag 1 an, ich bin der Älteste von 4 zu Hause und meine Mom war ziemlich gerecht und dieser Gerechtigkeitssinn, den habe ich halt in den Job mitgenommen und übertragen. Da war es für mich eine Selbstverständlichkeit, für die einzutreten, die keine Stimme haben oder sich nicht trauen, die Stimme zu erheben und gemeinsam erfolgreich zu sein. Und am Ende des Tages war es mir völlig egal, wer es war, weil es ging um Mensch und um das Gleichsein. Und dass es dann irgendwann zu einem Thema wurde und das Thema Diversität und das kam dann on top. Und was ich nicht mochte, war, dass man Diversität und Diversitätsbeauftragten und plötzlich irgendwelche KPIs erhebt, um festzustellen, wie divers sind wir eigentlich. Das war der Punkt, wo ich gesagt habe, wenn ihr immer noch nicht versteht, dass Diversität People und Humans und Menschen, um es mal auf den Punkt zu bringen, ihr müsst ins Handeln kommen und stellt klar, dass egal, welches Interesse ich habe oder welches Interesse ich verfolge oder zu welcher Ethie ich gehöre oder aber auch welche Grundeigenschaften ich mitbringe, indem ich Parent bin oder Caretaker oder Part-Time, you name it, dass ich eine Chance habe, mich mit Gleichgesinnten auszutauschen und entsprechend Maßnahmen identifizieren, wie ein Unternehmen besser werden kann. Alles klar. Lieben Dank zunächst mal. Tina, wie war es bei dir? Wie bist du zu diesem, wie ist dieses Thema in dein Bewusstsein gekommen? Wo hast du gemerkt, das ist mir wichtig? Da sehe ich ja, Luft nach oben sozusagen, kann man noch viel besser machen. Wie ist dein Zugang und wie ist dein Verständnis auch von gut umgesetzter Diversity? Für mich gab es drei Triggerpunkte. Der erste Triggerpunkt schon sehr früh in meinem Leben. Meine Mutter hat bei uns zu Hause das Geld verdient und hat mir immer gesagt, Tina, du stehst auf eigenen Bahnen, das ist wichtig. Das war für mich was ganz Normales, bis ich in die Schule gekommen bin, in einem fränkischen Dorf, in Bayern. Ich war die Einzige, deren Mutter wirklich Vollzeit gearbeitet hat, engagiert gearbeitet hat und ich habe meine Mutter total bewundert. Das war der erste Triggerpunkt. Dann bin ich ja auch in der Männerdomäne gestartet, also Strategieunternehmensberatung mit IT-Schwerpunkt. Ich habe die IT-Unternehmen in Deutschland quasi gebenchmarkt, geschaut, wie profitabel sie sind, wie wirtschaftlich sie sind und habe dort gegenüber 99 Prozent Männer gehabt, keine Frauen. War für mich total normal. Jennifer Männern gefördert wird und und. Und dann wurde ich Mutter spät von Zwillingsmädchen. Das war der zweite Trigger. Und ich habe mir gedacht, nee, die müssen nicht so kämpfen wie ich. Die kriegen ein anderes Leben und die kriegen auch ein anderes Selbstbewusstsein mit. Und der dritte Trigger ist, dass bei mir Diversität noch einen anderen Kontext hat. Ich bin eigentlich Seiborg und ertaubt. Ich trage Kochle-Implantate. Ohne die Dinger höre ich euch nicht. Und es ist bei mir sehr spät erst und auch durch zu viel Arbeit passiert. Und da habe ich gesagt, auch hierfür muss einfach was getan werden. Weil nur, weil ich nichts mehr höre, bin ich jetzt nicht eine kaputte Kaffeemaschine. Das hat in der Tat mal ein Kunde zu mir gesagt. Ja. Alles klar. Auch sehr, sehr interessant. Dein Zugang sozusagen. Dein Eingangspunkt in dieses Thema. Wie sieht es bei dir aus, Magdalena? Du bist ja sozusagen aus dem Blickwinkel Female Founder, Startup und jetzt eben auch selbst Chefin, Leaderin von einem Unternehmen. Was ist dein Zugang gewesen, dein Triggerpoint und was bedeutet gut gelebte Diversity für dich? Oh ja. Eigentlich auch in meinem Gründerleben. Ich habe mein erstes Alter beim Silicon Valley aufgebaut und wir waren zwar aus drei verschiedenen Nationen, aber drei BWLer, die die Welt verändern wollten. Und da haben wir relativ schnell gemerkt, dass man doch tatsächlich auch ganz unterschiedliche Skills braucht. Und dann war ich einige Zeit bei Google. Da war ein sehr diverses Team, vor allem auch sehr heterogen, in quasi der beruflichen, mit dem beruflichen Hintergrund. Und da habe ich gesagt, wenn ich jetzt nochmal gründen könnte oder die Möglichkeit habe, die Möglichkeit kam, habe ich gesagt, das Wichtigste ist, ein diverses Team aufzubauen. Wir sind geschlechterdivers, wir sind kulturdivers aus verschiedenen Ländern, wir sind aber vor allem auch skildivers, zwei aus dem Wirtschaftsbereich, zwei aus dem Tech-Bereich. Warum? Ja, die Entscheidungsprozesse dauern häufig wahrscheinlich länger und das tun sie wirklich, weil man natürlich ganz viele verschiedene Perspektiven hat und auf Probleme oder auf Themen, Herausforderungen ganz unterschiedlich sieht und betrachtet. Aber die Lösung am Ende ist deutlich durchdachter und trifft natürlich auch dann viel mehr verschiedene Kundengruppen, weil jeder von uns ist einfach unterschiedlich. Und deswegen ist mir Diversität extrem wichtig, auch im Recruiting. Wir wachsen in 31 Länder und da treffen wir auf ganz viele Kulturschichten auch, auch Hintergründe und ja, sei es auch Armutsgrenzen. Ich bin jetzt selbst etwas gehandicapt gewesen, körperlich. Ich glaube, da sieht man auf Diversität und vor allem, wie man die gesamte Gesellschaft mit einbeziehen kann mit einem ganz anderen Auge. Alles klar, vielen lieben Dank. Frage auch an dich, Daniela. Ihr seid als Unternehmen schon durch einen Change-Prozess gegangen. Ihr habt super viel umgesetzt bekommen. Wo hast du gemerkt, Diversity ist tatsächlich ein Thema, das dich begeistert, beziehungsweise wo du auch einfach wirklich einen, das Bedürfnis hattest, sich da mehr einzusetzen? Ich hoffe, mein Mikro funktioniert. Ja, gut. Dankeschön. Ja, also ich sehe einfach durch die Rolle, die ich im Unternehmen habe und diese Verantwortung, die man damit einhergeht und vor allem auch die Gestaltungsmacht, die damit einhergeht, zu nutzen und aber auch natürlich die Verantwortung, die ich als Bürgerin dieses Landes habe, das Thema Rassismus, dieses System Rassismus Stück für Stück zu dekonstruieren. Das ist sozusagen ein großer Treiber für mich. Ein anderer Treiber ist, dass ich natürlich durch die Rolle, die ich in der Organisation innehabe, auch dafür verantwortlich bin, die Organisation zukunftsfähig aufzustellen und das kann ich am besten machen, mit einem diversen Team. Warum? Weil wir einfach schneller sind, wir sind flexibler, wir sind innovativer und kreativer und damit kann ich die Wertschöpfung einfach erhöhen. Und der letzte Punkt ist, und das wurde ja auch in dem Vortrag vorher auch angesprochen, wir rasen alle in einem wahnsinnigen Fachkräftemangel und in vielen Branchen ist der sogar schon da. Und wenn wir als Organisation, als Unternehmen die besten Talente an uns binden wollen, werden die auch danach entscheiden, wie ist unsere Unternehmenskultur und wie gehen wir mit dem Thema Diversität um? Ja, alles klar. Das eine ist ja sozusagen das Konzept, das natürlich auch immer wichtiger wird, weil es auch einfach immer mehr Menschen betrifft, die in den Arbeitsmarkt auch einströmen und das wird in der Zukunft auch noch weiter verstärkt sein. Wenn wir jetzt mal über den Status quo reden und jetzt abgesehen von dem, wie es wäre, wie ist denn gerade, was würdet ihr sagen, wie ist denn gerade die Umsetzung? Weil da ist es ja meistens, das ist ja auch manchmal so ein bisschen das Problem. Man hat eine Intention, man hat bestimmte Dinge herausgefunden, wie man Sachen verbessern kann. Vielleicht auch hier Jennifer, du in deinem Bereich, auch vor allem, wie gesagt, mit dem Hintergrund IT, Tech, was würdest du sagen, wie ist der Status quo? Wie sieht es gerade aus in der Umsetzung? Also zum einen hilft uns ein Stück weit der Fachkräftemangel, das heißt Unternehmen gehen immer mehr hin und erkennen, dass sie an Diversität nicht vorbeigehen. Dass wir das immer noch, dem Kind immer noch einen Namen geben müssen, ist schon schlimm genug, weil wenn man einfach mal darauf achtet, was kann die Person, wie lange macht diese Person das und wie kann sie mir im Unternehmen helfen, das wäre natürlich noch um einiges besser, weil es immer noch HR-Abteilungen gibt, die ziemlich aussortieren nach gewissen Kriterien, die eigentlich dem Thema Diversität entgegenwirken statt mitwirken. Dann gibt es aber auch andere Unternehmen, die sind sehr motiviert und stellen ein, was es gibt und je bunter, je besser, haben dann den Blumenstrauß der Menschlichkeit als Mitarbeiter und wissen dann nicht richtig damit umzugehen oder sind als Unternehmen vielleicht auch noch nicht bereit dazu, jeden den Platz zu schaffen, dass er sich halt wohl fühlt. Was meine ich damit? Wenn die Führung nach wie vor nicht divers ist, schaffen es Mitarbeiter, die auf Ebenen drunter sind, schwer Vorbilder zu finden. Und das dürfte sich meiner Meinung nach noch ein bisschen mehr verändern. Ich glaube, Daniela, du hattest das auch mal gesagt, es gibt eine Leadership-Gap. Kannst du das vielleicht mal ein bisschen ausformulieren, beziehungsweise mehrere Gaps hattest du, glaube ich, auch angesprochen. Lass uns gerne mal daran teilhaben. Was sind das für Konzepte, die du da im Kopf hast? Erstmal, wenn man Prozesse und Strukturen verändern möchte, das, was Jennifer gerade auch angesprochen hat, muss man sich eben auch, und das war ja auch deine Eingangsfrage am Anfang, den Status quo einfach auch angucken. Und auch als ich vor fünf Jahren bei Piabo gestartet habe, habe ich da auf alle Fälle eine Kultur vorgefunden, die sich klar zu Diversity bekannt hat und die Pride sehr intrinsisch gelebt hat und die auch klar kommuniziert hat, dass Gleichstellung wichtig ist. Aber als ich mir dann das Team tatsächlich angeguckt habe, waren wir sehr, sehr homogen als Unternehmen. Sehr weiß, kaum Eltern in verantwortungsvollen Positionen, kaum Tandems, sehr wenig unterschiedliche nationale Hintergründe. Und das aus meiner Erfahrung heraus, und ich glaube, das hat nichts unbedingt nur was mit Piabo zu tun, sondern ich würde jetzt mal hier sogar die Behauptung aufstellen, dass das für die meisten Organisationen gilt, dass sie eben diese Intention haben und dieses Bekenntnis zur Diversity, aber Schwierigkeiten darin haben, wirklich ins Handeln zu kommen. Und aus meiner Sicht gibt es da drei große Lücken. Du hast eben gerade schon eine angesprochen. Und das erste ist eben diese Leadership-Lücke. Und das bedeutet, dass das Thema nicht wirklich im Management, im C-Level bei den Gründerinnen, bei der Geschäftsführung verankert ist. Und die zweite Lücke ist aus meiner Sicht auf alle Fälle die Governance-Lücke. Governance bedeutet Regeln, Richtlinien, Handhabungen, wie man mit dem Thema umgeht. Und die dritte große Lücke, die ich gesehen habe, ist auf alle Fälle die Empowerment-Lücke, die Befähigung. Wie fühlen sich die einzelnen Mitarbeitenden, wie fühlt sich die Organisation als Ganzes eigentlich befähigt, sich mit dem Thema zu beschäftigen und es wirklich in die Organisation hineinzutragen? Ja, das heißt also, man kann da tatsächlich auch an verschiedenen Hebeln, also man kann verschiedene Dinge ansprechen, wo einfach auch Veränderungen ganz speziell eingesetzt werden. Wir werden auch noch darüber sprechen, wie genau ihr das zum Beispiel in der Umsetzung gemacht habt. Aber vielleicht, wenn man mal auch sich selbst da so ein bisschen mit reinnimmt. Und zum Beispiel auch so bei dir, Tina, wie siehst du das? Man hat ja manchmal auch selbst so, man ist ja vielleicht selbst auch manchmal so ein bisschen gebiased. Kein Mensch ist komplett neutral, wir nehmen die Welt wahr und haben verschiedene Kategorien. Und wie kann man da sozusagen auch an sich selbst arbeiten und das vielleicht auch in das Unternehmen mit integrieren, dass man sich dessen besser bewusst wird, wo das eben auch ist und wo man da vielleicht auch ein bisschen geleitet handelt? Indem man die Dinge offen anspricht. Also ich habe das eben mit meinen Ohren gezeigt. Am Anfang, als ich gemerkt habe, dass ich schwerhörig geworden bin, habe ich mich eher versteckt und klein gemacht. Das mache ich jetzt nicht mehr. Da hat, wir hatten es vorhin drüber, mein Unternehmen auch manchmal mit zu kämpfen. Wenn eine Frau dann plötzlich, die gerade mal 1,60 Meter groß ist, sich dann groß macht. Aber das erzeugt halt auch die Veränderungen, die andere Wahrnehmung. Und die Wahrnehmung nutzt, weil man gibt etwas, es wird reflektiert. Und dadurch findet Veränderungen statt. Das ist es, was man selbst tun kann. Als Unternehmen kann man auch ganz viel machen nach innen. Was Daniela da gemacht hat, ist fantastisch. Wir haben noch so Sachen wie Tandemführung eingeführt. Also Tandem Leadership bedeutet auch, dass man automatisch ein diverseres Leadership hat, weil es zwei unterschiedliche Personen machen. Und es ist leichter für beide Personen in Teilzeit zu gehen zum Beispiel. Und wir haben uns nach außen geöffnet mit unseren Formaten. Ich glaube, das ist auch sehr wichtig. Wir hatten intern so ein Women's and Pride Day. Und wir laden dazu jetzt auch immer wieder externe Leute ein. Letztens von der BVG, weil die eine sehr diverse IT haben zum Beispiel. Das interessiert uns, wie können die überhaupt so viele Frauen überhaupt kriegen? Wie kriegen sie so viele Bewerbungen? Das hat uns neugierig gemacht. Die haben wir dann einfach eingeladen und machen die Grenzen danach aus noch auf. Und fördern und eben das Bewusste beitreten zum Mission Female und solche Dinge. Und was sind da, wenn du auch als Unternehmensberaterin hat man ja auch Kontakt mit vielen verschiedenen Unternehmen, was sind da so die, sagen wir mal, größten Hindernisse, die immer wieder kommen? Vielleicht gibt es ja auch Sachen, die sich immer wieder wiederholen, wo immer wieder Schwierigkeiten sind. Was würdest du sagen, sind da so die Punkte, wo es hapert? Die größten Hindernisse so im Job täglich sind eigentlich die, dass die Erwartungshaltung gar nicht da ist, dass man was dafür tut, sondern dass man einfach, die Erwartungshaltung ist da, dass man faktoriert von der Unternehmensseite und von der Kundenseite, dass man schnell Ergebnisse liefert. Und wenn man sagt, man kann aber auch auf eine andere Art und Weise wertschöpfende und wertgenerierende Ergebnisse liefern, sind die Leute erstmal perplex. Und man braucht zwei, drei Sätze mehr zur Überzeugung und hat aber dafür im Schluss für das Unternehmen, das man berät, aber auch für das eigene Team ein viel, viel besseres Ergebnis. Und das kostet Mut, die zu investieren, aber das ist auch wichtig. Alles klar. Ja, ihr habt es auch schon gesagt, bessere Ergebnisse. Vielleicht, wer möchte, könntest du Jennifer nochmal so was sagen, was denn tatsächlich wirklich die Vorteile auch einfach sind, wenn man Diversity gut umgesetzt bekommt? Ja, also die meisten Unternehmen gehen ja hin und sagen, okay, Diversity ist eine KPI. Und mit Team Bund bin ich halt einen anderen Weg gegangen und habe gesagt, okay, lasst uns doch Diversität wirklich mal leben. Und das heißt, es ist für Unternehmen ein internes Konzept, dass sie Netzwerke bilden nach Diversitätsaspekten. Das heißt, Parents kommen zusammen, Women kommen zusammen, Young Talents kommen zusammen, Principals, Part-Time oder aber auch Caretaker oder Volunteers. Also es gibt wirklich 15 Netzwerke und man ist hingegangen und hat jedem Netzwerk einen Moderator beigestellt. Und dann ist man hingegangen und hat gesagt, okay, und jetzt gibt es regelmäßige Calls. Und in diesen regelmäßigen Calls in diesen Interessensgebieten kam dann halt heraus, was fehlt mir eigentlich generell und was fehlt mir hier in der Firma? Und das läuft zum Beispiel ziemlich schlecht. Und dann hat man sich das ziemlich schlecht angeschaut und hat gesagt, okay, es ist schlecht zu finden, ist das eine, aber wie macht man es besser? Und das heißt, diese einzelnen Arbeitsgruppen, die sich daraus, also das Netzwerk wurde dann zur Arbeitsgruppe, hat dann Maßnahmen identifiziert, wie ein Unternehmen halt noch diverser werden kann und noch interessanter, aber auch inklusiver werden kann. Also sind die Standorte tatsächlich inklusiv gerecht und so weiter und so fort. Und diese Maßnahmen gingen dann an die Geschäftsleitung. Viele von denen wurden dann halt umgesetzt. Und das heißt, es gab auch einen Motivationsimpact. Also wenn ich als Mitarbeiter plötzlich das Gefühl habe, dass das, was ich sage, eine Relevanz hat, ich dann mit den Kollegen an etwas arbeite, um es besser zu machen und es wird dann gehört und umgesetzt, dann hat es auch einen Bindungsfaktor, einen Motivationsfaktor und kann dann in der Kommunikation nach außen getragen werden und sie macht einen dann für das Thema Diversität auch sichtbarer. Und das ist halt die Grundvoraussetzung, weil ich gesagt habe, weg von KPIs hin zu Maßnahmen. Und Maßnahmen, wo kommen die her? Von Mitarbeiter für Mitarbeiter. Das ist auch ganz spannend. Du hast auch gerade schon Netzwerke angesprochen. Was würdest du sagen, wie wichtig sind Netzwerke bei dem Ganzen? Das Wichtigste. Also nachdem die Geschäftsleitung die Entscheidung getroffen hat, wir wollen diverser werden, braucht es die Netzwerke. Weil wenn eine Person sagt, wir machen das jetzt, hat er seine Meinung, bittet er andere darum, mit ihrer Meinung zu vertreten, habe ich viele und mit vielen bin ich diverser. Super. Inspirierend. Magdalena, ich habe eine Frage an dich. Ihr seid mit Frauen auch international unterwegs? Jawohl. Sehr schön. Also es geht, wir machen jetzt auch mal einen kleinen Schlenker in die Welt von Deutschland sozusagen. Wir nehmen die globale Perspektive mal ein bisschen mit rein. Was beobachtest du global und vielleicht auch, was für eine Wichtigkeit oder welche Rolle nimmt das Thema Diversität im globalen Wachstum von Frauen, von eurem Unternehmen ein? Da möchte ich gerne auf zwei Punkte eingehen. Erstens ist das Thema, wir sprechen alle Englisch, vor allem auch hier in Berlin. Das ist unsere Sprache, mit denen wir uns alle so verständigen können. Was bei uns allerdings aufgefallen ist, gerade so am Anfang, da kommen Leute rein, da haben Leute relocated aus Mexiko zum Beispiel oder aus der Ukraine. Die fühlen sich in Englisch einfach noch nicht so ganz sicher. Ja, und wir alle, und das hatten wir gerade auch bei Tina, sind dann doch irgendwie vielleicht ein bisschen biased und sagen, kann der überhaupt irgendwas? Der spricht gar nicht so gut Englisch. Und ja, man muss es transparent ansprechen, weil wir alle haben eine Muttersprache, in der sind wir fließend. Da können wir denken, da können wir träumen, da können wir alles ausdrucken. Aber das Bewusstsein zu schaffen, ja, jeder hat seine Qualitäten, aber wir dürfen ihn zum Beispiel nicht auf das Thema, wie gut kann der Englisch sprechen, runterbrechen. Und er kann sich vielleicht auch ganz anders ausdrücken, aber halt in einer anderen Sprache. Und in unserem Wachstum, wir haben so einen großen Claim, das ist mein Wert, den ich immer vertrete. Er heißt, go global, grow local. Also wir wachsen zwar global, aber wir müssen immer lokal wachsen. Und deswegen ist es für mich zum Beispiel oder für unser Recruiting-Team auch ganz wichtig, dass wir lokal, zum Beispiel dann auch in den jeweiligen Sprachenhaiern vor Ort, dass wir Barrieren abbauen. Im Recruiting vor allem das Thema, wir kennen oder viele kennen das von euch, Frauen möchten auf jeden Fall 100 Prozent der Tätigkeiten, können die da irgendwie in den Anforderungen von der Jobdescription stehen? Bei Männern ist es häufig ein bisschen anders, so 60 Prozent, dann fühlt man sich schon sicher. Aber dass man da Barrieren abbaut und auch, und das ist jetzt ein Thema, was wir auch weiter nochmal implementieren wollen, einen zweiten Claim eigentlich, der heißt, hire for attitude, train for skill. Also eigentlich geht es eher um das richtige Mindset. Ja, ist jemand open-minded? Möchte jemand sich wirklich mit anderen Kulturen auseinandersetzen und was gemeinsam aufbauen? Oder passt das nicht so ganz wirklich? Weil wir wissen das alles, Fähigkeiten kann man immer aufbauen. Super, sehr, sehr spannend. Und nochmal vielleicht zum Globalen, wie siehst du da vielleicht auch international gerade das Thema? So, vielleicht beobachtest du da auch irgendwas? Ja, also das ist in allen Bereichen im Design zum Beispiel. Wir haben einige Designer aus dem osteuropäischen Raum. Da war das Thema Diversität gar nicht so wichtig, auch bei Bildern zum Beispiel. Ich habe mich immer gefragt, warum sitzen da nur weiße Leute auf den Bildern? Das war gar nicht so relevant. In anderen Ländern sind da auch andere Attitudes. Und das Thema, ich glaube, Jenny hat es gesagt, jemand hören, jemand Gehör verschaffen. Es sind aber tatsächlich nicht nur diejenigen, die laut sich äußern, sondern man muss auch den kleinen, den leisen Leuten Gehör schenken. Zum Beispiel eine tolle AdOps-Analytikerin bei uns, die ist einfach nicht so laut und verbal kommunikativ, macht einen super Job. Und gerade, dass man dann schaut, lokal in den einzelnen Ländern, aber auch in den einzelnen Teams, wie können wir da auch anderen Leuten Gehör schenken, finde ich einfach extrem wichtig. Und das ist ein individueller Fall, aber trotzdem finde ich das global im Wachstum auch immer wichtig, dass man jedes einzelne Element auch wirklich sieht. Okay, also man kann tatsächlich beobachten, dass dieses Bewusstsein dafür tatsächlich auch nicht komplett gleich ist überall. Weil ich meine, damit fängt es ja an, das muss ja mir erst mal klar werden. Moment mal, da ist ja irgendwas. Irgendwie fühle ich mich hier nicht so gesehen, nicht verstanden. In dem Mensch, der ich bin sozusagen. Das ist schon mal auf jeden Fall ein super Punkt. Tatsächlich, wenn wir über den Status Quo sprechen, finde ich, müssen wir doch auch einmal die Frage nach Kui Bono stellen. Also es gibt ja vielleicht auch Menschen, die vielleicht auch Interesse daran haben, dass Diversity nicht so stark umgesetzt wird. Nämlich, es geht ja tatsächlich faktisch auch um wirklich Macht. Es gibt ja wirklich auch um Machtpositionen. Das sind natürlich auch teilweise hochdotierte Jobs. Das ist ja auch ein Wettkampf darum. Das heißt, es gibt ja sozusagen auch Leute, die haben Privilegien und die müssten sie ja dann theoretisch auch abgeben. Vielleicht Daniela, was ist deine Meinung? Weil du meintest schon, das Ganze ist auch in einem System. Das Ganze ist systemisch. Wie geht man denn damit um, dass man sagt, okay, wenn sich da vielleicht Leute, denen es ganz gut geht, die privilegiert sind, die auch was davon haben, dass sie einfach in Macht- und Führungspositionen kommen. Wie soll man da irgendwie damit umgehen? Eine große Frage. Ja, also ich glaube, es ist wichtig in der Organisation erstmal, um das Thema wirklich voranzubringen, zu definieren, was ist eigentlich das Ziel, was möchte ich erreichen in der Organisation und welche Maßnahmen mache ich. Und dazu gehört eben auch, das Thema Privilegien anzubringen. Das ist ein Educational-Thema. Und wie habe ich das gemacht bei uns in der Organisation? Ich habe mit mir selber angefangen. Und ich bin diese Reise gegangen. Ich habe erstmal diesen Harvard Implicity-Test gemacht. Das kann ich jedem von euch hier auch im Plenum empfehlen. Das ist kostenfrei, kann man im Internet machen. Und das ist ein Conscious Bias-Test, um erstmal rauszufinden, was für Muster habe ich eigentlich selber. Und die dann für sich selber auch anzunehmen und dieses Bewusstsein dafür auch zu schaffen. Ich glaube, das ist auf alle Fälle der allerwichtigste Schritt. Und damit dann auch, sich damit zu beschäftigen, zu lesen, Podcasts zu hören, sich mit anderen auszutauschen, Weiterbildung in dem Bereich zu machen, um zu verstehen, was sind eigentlich meine Privilegien? Und welche Verantwortung geht mit diesen Privilegien eigentlich auch einher? Und das ist auch mir total wichtig bei uns in der Organisation. Ich erwarte von niemandem, dass er alles kann oder weiß. Ich kann auch nicht alles und ich weiß auch nicht alles. Aber ich erwarte, dass wir uns damit auseinandersetzen und dass wir uns auf diese Reise begeben. Und man muss da auch wohlwollend mit sich selber sein, weil es ist schon auch ein Prozess. Und das für sich selber auch anzuerkennen und sich dann gemeinsam einfach auf diese Reise zu begeben. Und wir als Organisation haben uns dann eben gemeinsam auf diese Reise begeben. Wir haben uns eben auch angeguckt, okay, was heißt für uns eigentlich Diversität in der Organisation? Wie definieren wir das? Das kann ja auch für jede Organisation auch anders sein. Wir haben ganz klar gesagt, okay, das ist einfach die Abwesenheit von Gleichheit. Und was für Ziele verfolgen wir? Wir haben uns eine Value Proposition für das Thema Diversity erarbeitet, gemeinsam mit dem Team auch zusammen. Eine Value Proposition ist etwas, was ist sozusagen das Versprechen, was wir unseren Mitarbeitenden geben, aber auch der Organisation, wo wir mit dem Thema auch hinwollen. Und das sind dann schon mal so die ersten Schritte und Maßnahmen, um dann die ganzen anderen Maßnahmen, ich weiß nicht, ob du da später noch drauf zu sprechen kommst. Okay, dann sage ich da jetzt, dann gebe ich zurück. Okay, das heißt also, Beginn bei sich selbst und natürlich auch vielleicht einfach auch, es kommt natürlich auch in der Umsetzung dazu, dass natürlich Machtverhältnisse auch sich ändern werden. Und natürlich, also ich meine klar, wenn man da selbst im Privileg sitzt, ist es super hart, da irgendwie jetzt großartig die Motivation zu finden, vielleicht da in den Wechsel, in den Change zu gehen. Ich würde sagen, wir gehen aber direkt mal über in unseren nächsten Blog, und zwar jetzt einfach mal wirklich handfeste Tipps und Tricks und Hebel, die man so wirklich anwenden kann. Und Jennifer, aus deinem Team-Bund-Hintergrund, mit diesem ganzen Hintergrund, dem ganzen Wissen, das du hast, welche Schritte kann man konkret unternehmen, um zum Beispiel, jetzt ganz konkret gefragt, mehr Frauen oder Minderheiten für technische Berufe zu gewinnen? Wie kann man Frauen auch da zum Beispiel besonders ansprechen? Ich würde vorschlagen, die Sprache der Frauen zu sprechen. Also wenn ich heute in MINT-Berufen mal in die Personalanzeigen schaue, also wenn HR Mitarbeiter sucht, es ist schon eine ziemlich männliche Sprache oft in dieser Stellenbeschreibung. Und dann zu hoffen, dass sich eine Frau darauf meldet, die sowieso einen hohen Anspruch an ihre eigene Leistungsfähigkeit hat und sich meistens bewirbt mit 95 Prozent oder 100 Prozent Abdeckung. Das heißt, Frauen agieren halt anders wie Männer. Es ist einfach wichtig, da die Sprache zu verändern. Und dann ist meine zweite Empfehlung, da zu sein, wo auch Frauen sind. Also es wirklich ernst zu nehmen, auf entsprechende Messen oder Kongresse zu gehen und ganz klar aufzuzeigen, dass man ein frauenfreundliches Unternehmen ist. Das ist zum einen. Wichtig ist aber, dass diese Unternehmung nicht nur draufschreibt, dass sie frauenfreundlich sind, sondern es auch nachweisen, indem sie schon divers unterwegs sind, wenn wir jetzt über das Thema Frauen sprechen. Aber das gilt auch für alle anderen Bereiche. Das heißt, die Firma muss ihre Sprache und ihr Verhalten in den Medien im Auftritt verändern, um halt multikulturell und auch divers sich darzustellen. Und es reicht nicht, im Pride Months plötzlich das Logo in Regenbogenfarben zu färben, wenn dann im Nachgang alles andere nicht passt. Und solche Netzwerke wie bei Team Bund können halt helfen, auch solche Dinge auf den Weg zu bringen. Dass man sagt, okay, HR, Marketing, Communications und wie die Bereiche nicht alle heißen, kommunizieren halt auf diesem Weg. Und wie machen wir es überhaupt? Holt die Hilfe von Mitarbeitern und lasst doch mal kritisch drauf gucken, was könnte man anders oder besser machen. Also im Team ist man immer stärker. Wird das super, was du da gerade sagst und würdest total unterstützen, weil dann kann man nämlich auch dieser Frage immer wieder entgegnen, die ja immer wieder kommt. Und es gibt keine Frauen für dieses Thema. Das ist einfach nicht wahr. Es gibt genügend Frauen. Hier sitzen vier. Es gibt zu jedem Thema super Expertinnen. Und es ist wirklich systemisch, dass man das System, die Ansprache, die du gerade genannt hast, verändert. Und das ist eigentlich so kleine Hebel. Aber man kann eben einfach nicht mit dieser gleichen Haltung einfach weitermachen, weil dann schaffen wir es nicht. Wenn wir gerade bei dir auch schon sind, Daniela, sag uns doch gerne nochmal so ein paar. Ihr habt einen Preis gewonnen. Das heißt, ich bin davon überzeugt, dass ihr das ganz toll auch vorlebt. Nimm uns nochmal mit. Was ist in deiner Welt? Wie macht ihr das in eurem Unternehmen? Wie bekommt ihr es umgesetzt? Genau. Ich habe ja vorhin die drei Lücken genannt. Und genau die drei haben wir auch angegangen, sind wir angekommen. Und das mache ich natürlich nicht alleine, sondern das macht man immer im Team. Und zwar auch abgekoppelt von der HR. und dem People-and-Culture-Team, sondern es ist ein Diversity-Team, was aus dem Team herauskommt. Das ist aus meiner Sicht total wichtig, um das Buy-in auch aus dem Team mitzubekommen. Und trotzdem habe ich, um die Leadership-Lücke zu schließen, das Thema natürlich direkt bei mir auch angesiedelt und mir selber ein KPI dazu gesetzt, was ich erreichen möchte. Ich habe aber trotzdem auch strategische und operative KPIs für die Organisationen gesetzt, habe Ressourcen und Budgets freigegeben. Das ist, um diesen Punkt da einfach anzugehen. Um das ganze Thema Governance anzugehen, was ich vorhin angesprochen habe, um da, da gibt es sehr, sehr viele Maßnahmen, die wir angegangen sind. Aber eine, die wirklich einen großen Hebel hat, ich habe eben auch, dass die Weiterentwicklung und sich damit zu beschäftigen mit dem Thema Diversity, und wenn ich von Diversity spreche, spreche ich von Diversity, Equity, Inclusion und Belonging, sich wirklich mit diesen Themen auch auseinanderzusetzen, die Weiterbildungsmaßnahmen, die wir in der Agentur anbieten, auch anzugehen. Und es wird als KPIs in den Mitarbeitergesprächen verankert. Und auch wenn man bei uns in die höheren Level befördert werden möchte, dann muss man eine gewisse Anzahl von diesen Weiterbildungsmaßnahmen, an denen genau absolviert haben, teilgenommen haben. Wir arbeiten hier mit einem ganz tollen Partner zusammen, das ist Employers for Equality. Und weil wir immer den Anspruch haben, man geht immer an die Quelle des Wissens und die haben eben den Zugang zu den besten Expertinnen und Experten in diesem Bereich, weil dieser Bereich Diversity ist eben sehr, sehr breit. Und da kann man wirklich von den Besten lernen. Das ist sozusagen das ganze Thema Governance hier, einen Punkt eben KPIs in den Mitarbeitergesprächen zu setzen. Ich glaube, auch in großen Unternehmen wäre das Thema Bonifizierung. Und Männer vor allem, auch Frauen, wir sind auch alle wettbewerbsorientiert, aber auch bei Männern könnte man das Thema viel stärker noch in die Organisation reintragen, wenn man das mit bonifizieren würde. Es würde wahrscheinlich wahnsinnig viel schneller gehen. Was haben wir gemacht noch bei dem ganzen Thema Befähigung, um diese Lücke zu schließen? Das ist nämlich ein ganz wichtiges. Wir haben jetzt die Talente, die diversen Talente in die Organisation geholt, alle zusammen. Wir wollen die ja auch behalten. Das funktioniert aber nur, wenn gegenseitig das reibungslos, das auch gelebt wird und wenn diese Offenheit dafür auch da ist. Und aus meiner Sicht gibt es da drei, vier große Schlüsselfaktoren. Das ist einmal das Onboarding. Das ist bei uns dreistufig. Da haben wir das normale technische Onboarding. Es gibt ein Werte-Onboarding, was ich persönlich auch immer mache. Und es gibt das Onboarding on the job. Dann ist das ganze Thema Kommunikation, weil es ist ganz normal und das versuche ich auch in die Organisation immer hineinzutragen. Wenn verschiedene Perspektiven am Tisch sitzen, gibt es Reibung. Und das ist ja auch das, was wir wollen, weil deutlich entstehen natürlich auch die neuen Ideen. Aber das muss man auch handeln können. Und wir stellen dafür Tools zur Verfügung, wie zum Beispiel GfK, also gewaltfreie Kommunikation. Schulen wir unsere Teammitglieder innen da drin. Oder eben auch, wir arbeiten mit einem Persönlichkeitsprofil, das heißt Insight, damit man einfach weiß, okay, was für eine Person sitzt mir gegenüber? Wie kann ich am besten meine Themen da anbringen? Wir arbeiten sehr viel mit dem Thema Feedback. Das war ja heute, glaube ich, auch schon hier ein großes Thema. Und die dritte Säule ist das Thema Allyship, dass man wirklich auch dieses Bewusstsein dafür entwickelt, seinen Kolleginnen und Kollegen zur Seite zu stehen. Wir schulen sie da drin, wie man das machen kann. und geben auch Handlungsempfehlungen mit. Und das vierte ist eben das ganze Thema Educational, dass wir da halt, wie gesagt, mit Employers for Equality zusammenarbeiten, aber auch Learning Lunches machen, die aus dem Team heraus auch entstehen. Wir ganz konkrete Fälle besprechen, die passieren im Umgang. Und das Team einfach auch empowern und argumentationsfähig auch zu sein, wie zum Beispiel beim Thema Gendern oder so. Ja, großartig. Das sind schon mal richtig tolle Impulse, die man hier wirklich handfest rausnehmen kann. Im Anbetracht der Zeit würde ich sagen, seid ihr noch ein bisschen hier? Vielleicht könnt ihr dann direkt angesprochen werden, weil ich glaube, wir schaffen jetzt keine... Oder haben wir noch Zeit? Nein, nein, over. Ja, du? Ja, du? Nein, nein. Ja, ich bin noch nicht ganz... Untertitelung des ZDF, 2020